so willkommen zurück und es geht weiter wo wir stehen gibt im sinn natürlich oh michael bepässt hey Da müssen wir gleich hin, die Straße folgen, da ist die gelbe Quest, ey der Deppel, da ist noch eine gelbe Quest. Booh, 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 booh. Wo ist mit dem Hexter, wo ist der denn? Hä? Na klar, zeigt mir den einfach nicht auf dem Map an. So sieht bald aus. Ah, ich würde erstmal die andere gelbe Quest machen. ist hier näher mit der von jungen besiege die gestolte und denen gut das schon mal die mal weg ist hier und 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 ja und 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 Okay, dann können wir ja weiter zur Straße. Und wieder Mops töten ohne Ende. Oh, wieder. Oh, wieder mit dem Gegner. Oh, wieder. Was sagt denn unsere Aktivität hier? Zwei Stück. Okay. Und dann haben wir alle fertig, oder? Okay, wir geben uns mal dahin. Wir sind zwar ein bisschen... Hallo, mein Freund. Alles klar, tschüssi. Oha. Ganz knapp, aber wir gehen rein. Jetzt schauen wir uns das alles mal an. So, plötzlich von diesem Viechern-Killen. Ich glaube, wir machen das. Und wir haben immer wieder neue. Oh ja, ich sehe hier schon wieder. Es sind ein paar mehr. Schicken wir mal unseren Master rein. Okay, der Zerstörer ist ein bisschen stärker. Dann machen wir erstmal die kleinen Mobs down. Dann machen wir vielleicht den, oder? Dann machen wir einen Aufschluss. Oh. Ja. Dann machen wir alles mal vor. Ich höre, bitte. Ich geh schon mal an. Okay. Davon gibt es noch mehr. Wie sagt man, ich gebe 13 stück davon. Oha. Tyrann first. Alles klar. Mit Level 109. Ich glaube, wir machen das. Spektakulär. Du hast es gefragt. Okay, der hier ist ein bisschen stärker. Aber den macht man auch noch down. Okay, der hier ist ein bisschen stärker. Dormammu, diese Dinge sind nicht möglich für Mordelands. Du hast gewonnen, dein Best. Aber du wirst nicht sein, mein Gehirn oder ich. Ah, du hast dich letztendlich, Dormammu. Wir brauchen den Converger. Wanda! Bleib dir Dormammu beschäftigt, während ich das einmal und immer. Dein Gehirn hier hat endlich zu Ende erreicht. Oha! Freunde! Keine actionreiche Musik dazu! Äh... Äh... Was habe ich verpasst? Und weiter geht's! Oha! Alles klar! Oha! 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 Gut, dann wollen wir mal schauen. Oha! Erstmal gucken, was der so treiben tut. Äh... Was machst du? Du! Alter! Alter! Das ist nicht nett von dir! Du wirst! Ja, hier! Jetzt kannst du doch knicken! Wieso stehen denn wir siegen? Der macht mich ne ratzfatz da und hier. Obwohl ich schaffe dem Zieht dem zwar was ab, aber Jo, das ist es auch schon Jo Alles klar Jetzt kann ich das knicken, das schaffe ich nicht Alter, der macht mich ja mit einem Ding kaputt Na prima Okay, muss ich mir was überlegen Und dann Geht's weiter So, wir haben fleißig Trainiert Und hoffe, dass es ausreicht Meine Stärke Ja, ich bekomme Jetzt schon gut Schaden rein Let's mal hier Schauen Wo ist er denn hin? Ach da oben Alles klar So Jetzt sieht's ganz gut aus Weiß nicht, was er jetzt vorhat Oh, ja Alles klar Jetzt weiß ich, was er vorhat So, hauen wir dem doch mal auf die Rübe Er lebt noch Er lebt noch Hallo Oh, er hat wieder volle Energie Alles klar Dann Gehen wir mal weiter drauf Oh, ja So, ich lebe noch Das ist gut Das ist gut Diesmal sieht der ganze Cup schon ein bisschen besser aus Auch wenn er mir zwischendurch was zusetzt Aber Das sieht ganz gut aus Dafür habe ich auch lange trainiert Um so hoch zu kommen Okay, er liegt am Boden War's das? Nein, es war's noch nicht Es geht weiter Zack Und weiter Schaden draufsetzen Ja Ich stecke gut ein Aber Oho Es passt Felix, hallo Ah, da bin ich Alles klar So Wir haben so einen Powerschlag rein Und Er ist Es geht weiter Dormammu Die Dark Domain ist endlich frei von deinen Brassen Und Und Its neue Ruler kann claim her throne At Last Nein Not yet Die Zeit für Deception ist vorbei, Witch. Komm jetzt, Valkyrie. Ist das wie Sie die König zu behandeln? Die Königrie. Hör gut, Mördlöse. Wenn Sie wünschen Sie Ihre Welt, werde ich es ermöglichen. Wenn Sie mir dieses Domain verlassen können, um meine eigene. Aber meine Rülle wird nicht nicht herausfordert. Deshalb müssen Sie auf den Netherworlden gehen, die Land der Dämonen, um zu töten ihren Lord und Master zu töten. Fahre das, und ich werde dir das, was Sie suchen. Der Spell, um die Kurse aus der Weltreiseed zu lösen. Fahre mich, und deine Seele werden die lateste Trophäe in meiner riesigen Reaktion. Neben Valkyries, fahre mich aus in meinem Raum, wenn deine Aufgabe complete ist. Und ich wünsche, dass die Todes so glücklich sind für dich wie ich bin. Okay, so. Wer ist besiegt? Ach, guck mal da. So, dunkles Depot besiege Domino, äh, Domano oder sowas. Okay, das haben wir abgeschlossen, dann gehen wir nochmal gucken. Ja, ja, ja. Frisch mit dem Doktor. Let's mix things up a bit. Let's mix things up. Okay, so. Okay. 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 So, der Weg zur Verbesserung. Stärke deinen Helden für das nächste Abenteuer. Aha. Neue Helden, rekrutierende Helden. Das ist es. Das war die ganze Story. Das ist das Ende der Story gewesen. Vorerst, vielleicht kommt der noch irgendwas irgendwann. So, dann gucken wir uns mal meinen Charakter an. Hallo, mein Charakter. So, das habe ich mir zusammengefahren, um den Endboss zu legen. Ja, so sieht das aus. Mein Team Rang 122. Level, Kraft, bla bla. Jups, so sieht das aus. Was haben wir denn sonst noch hier am Start? Bilanz? Ranglisten? Habe ich hier schon irgendwas gemacht die Woche? Nö. Habe ich nicht. Okay. Okay, okay, okay. Hm, ja. So, aber wir haben hier bei den Ranglisten unsere... Ach, ne, das ist doch nicht. Ich wollte... Ach, wo sind wir denn? 7, okay. Äh, Kraftrangliste. So, wo sind wir denn? Wir sind... Was? Ich bin nur noch 121? Uh... Ich war mal 37. Jo, alles klar. Ähm, wahrscheinlich wegen dem Update heute. Muss ich mal prüfen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war es das erstmal mit diesem Video. Und im nächsten Video gehen wir da mal an, was hier alles mit dem Update neu hinzugekommen ist soweit. Und testen das doch auch mal an. So, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dem Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, auf Wiedersehen.